Was ist denn das? Ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr... Aha, deshalb... So schwere Flaschen, ich denke, die ganze Zeit... Das waren wir heute Morgen. Auf der Piste. Auf die Piste. Von der Böhm? Nein. Ach, das ist nicht. Das wäre es. Unfall. Ach, da habe ich leider keinen mehr. Aber da habe ich zu wenig da. Das ist leer. Das ist Medizin, sagt man immer. Medizin? Ja, das ist so die... das heißt Vogelbeere. Ah.